Es ist einfach so, als Fußballer, gerade in dieser Situation, in dieser Phase, kommen die Belastungen häufig oft und deswegen ist es wichtig, dass man nach Belastung natürlich auch entlastet und da wird der Fokus natürlich in den restlichen 24, 26 Stunden auch liegen. Das heißt, wir werden heute nicht allzu viel machen, wir werden eher regenerieren. Dann bedeutet das natürlich auch, dass man gut schläft, gut isst und morgen dann einfach nochmal. Und da sage ich auch, es nützt nichts, wenn wir immer sagen, wie kaputt wir sind. Das ist nicht meine Mentalität, das ist auch nicht meine Idee, sondern es geht immer irgendwas. Und ich sage mal, auch wenn man müde ist, kann man Topleistungen abrufen und dann geht es vielleicht nur 60 Minuten und das muss jeder auch bringen. Und wir haben zum Glück auch morgen dann wieder fünf Möglichkeiten auszuwechseln, deswegen müssen wir das auch geschickt und gut machen. Aber nochmal, egal wer spielt, sind wir immer in der Lage, auch den Gegner zu schlagen.